h mit mir auf die spiele müssen gleich zu überleben spieler das ist ein eigenes zu das ist einfach sein so dass man einfach nix tun muss in der vorliegenden wahrscheinlich die wahrscheinlich viel einfacher alles ich habe das glück dass ich dann immer wieder zu irgendwelchen idioten kommen die mitte dann die platt machen oder irgendwelche cheater da wurde dann alles explodiert stieb stieb hat er wieder stöhnen die grüne schüler Du siehst mich nicht, du hörst mich nicht, alles ist gut. Atlas Beepot Ah, Kompost Nicht das, aber das hier Long range engagement, wenn Beepot file is prone Na, kann man nicht für die hier nehmen, schau dir Swap Schauen wir uns einheitlich grün aus Auf 2 und auf 3 ist die Rauchgranate Die Rauchgranate Nehmen wir den doch, ach du sag mal da Nehmen wir doch mal lieber die Nehmen wir jetzt nicht irgendwo Munition finden Ne, es geht auch nicht, geht es nur mit irgendwie mit Atlas irgendwas Nehmen wir doch mal die Racken Schauen wir doch mal das Lager noch da stehe ich wieder so freund von mir das ist pristine, das ist damaged, wechsel mal das ist pristine, das ist eine gute ausrüstung falls im hintergrund das kind von den nachbarn hört es entschuldigung dafür das ist eine gute ausrüstung das ist ein baustamm, ich habe schon gedacht, was ist das? das ist das große zelt da gehen wir noch rein da habe ich ein bisschen die übersicht verloren das bräuchte nur irgendwo munition gasmask kann man die nur dazu anziehen das geht nicht immer wieder runter immer wieder die AK wieder in die Hand passt das dann in die AK schade aber schau mal ob hier noch was liegt nein das liegt doch mal auf der Straße ja, das ist nur zur Ferse ja, können wir mal mitnehmen Platz haben wir nämlich noch da ich das ist nur die das ist doch scheiße mit der Treppe das hat wohl keiner ausprobiert, hey ich merke es gerade, ich bin ein bisschen unzufrieden mit dem Spiel das ist ja das ist das hier das ist ja das ist ja das ist ja das ist die jetzt habe ich schon wieder so einen Depp hinter mir jetzt hol da nun schön ein, ja genau wenigstens weiß jetzt wo dieser blöder Zaun ist das heißt jetzt wieder den ganzen Weg zurück und draußen fängt es gerade an zu schneiden das ist wieder das lustige Weglaufspiel hier hier ist Loch, genau, das kennen wir ja schon alles Egon läuft hinter uns her das ist ja scheiß ich sag's euch das regt mich gerade echt auf muss das sein jetzt laufen wir einfach mal Egon ist immer noch da, so laufen wir mal da wieder weiter, ich hoffe nicht dass dem sein Kumpel da immer noch hinten steht da wo wir uns dann verbunden haben sag's euch wenn wir jetzt den abkinkt haben dann gehen wir irgendwohin wieder raus und dann war's es für heute wahrscheinlich der Auto ist jetzt eh nur eine Viertelstunde bis wir den da wieder abkinkt haben dann heißt es, da haben wir dann noch eine Folge da muss man rechts dann dran vorbeilaufen da drüber da haben wir schon bissl bernd gewonnen ja da ist der nächste ja da ist der nächste jetzt irgendwas mit dem Hintergrund sehen so wie ist der jetzt so schnell gekommen immer wieder so 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 So, jetzt haben wir schon mal ein bisschen Land gewonnen. So. Er läuft immer noch hinter uns her. Sehen gerade nicht mehr. Er läuft immer noch. Jetzt ist er stehenbleiben, oder? Jetzt ist er stehenbleiben, das heißt, jetzt im großen Bogen wieder zurück in das Häuschen. Da drin lupen wir uns jetzt aus. So, Tür zu, Affe tot, Disinfection Spray. Das haben wir schon, brauchen wir nicht zweimal. So, Messvieh sind wir dann doch nicht. So, was haben wir hier noch? Motor Purification Tabs. Die können wir auch noch brauchen. So, also, was haben wir gemacht? Gut, wir waren beim Flughafen. Der ist ja schon mal was. Das haben wir geschafft. So, dann sind wir die ganze Zeit, dann haben wir noch das Militärlager gemacht und wir sind dann 20 Minuten vor Zombies davon gelaufen. Bis wir irgendeinen Sound gefunden haben bei dem, wo wir die abgehängt haben. Gut. Ja, das war's jetzt mal für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Servus und für Gott. Bis zum nächsten Mal. Also, ich werde noch weitermachen, bis ich sterbe. Aber ich glaube nicht, dass ich dann nochmal eine neue Season anfange. Dann werde ich mal irgendwas anderes suchen. Dann nochmal vielen Dank fürs Zusehen. Servus und für Gott.